Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Glimmus Zockt oder wie auch immer wir das Format nennen. Wir spielen, nachdem wir beim letzten Mal Zeichnen, Montagsmaler gespielt haben, wie der Stickfight, mit ein paar Modifikationen, sehen wir gleich was. Heute war ohne Facecam und vorproduzieren, aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lieber Gawon, lieber Zinus, die dabei sind, offensichtlich. Gawon ist blau, Zinus ist rot. Ich habe gehört, es gibt so ein paar Einstellungen, die heute getroffen wurden, hier für die Runde. Ja, habe ich ja schon gesagt, aber davon müssen wir uns einfach überraschen lassen. Du hast uns nicht gesagt, dass du eingestellt hast, ne? Wir sind auch unwissend. Ich zeige euch das dann in der nächsten Runde gleich. Also in der nächsten Runde jetzt erkläre ich das auch. Ich schlag Gomme jetzt, weil Gomme sich wieder raushalten will. Ich bin doch schon tot. Ich bin doch schon tot. Hä, wie viel Leben haben wir denn hier in der Lobby bereits? Ja, ja, man merkt schon die erste Einstellung, viele Herzen. Ja, Gomme, ich bin doch schon tot hier. Wow, okay. Ja, ich bin schon tot, Jungs. Er ist halt wirklich tot. Achso. Bin ich echt? Bei mir buggt die rum. Okay, Zinus, stirb. Gleam, stirb, du. Ja. GG. Okay, die Einstellungen sind, wir haben 300 Leben von 300. Oh nein. Und es kommen viele Waffen, aber es kommen Lava-Waffen. Lava-Waffen? Oh ja, gut. Das gefällt mir. Leider ist die Kette. Oh Gott. Ja. Was ist das denn? Ja, das gefällt mir schon wieder hier. Sehr geil. Ich muss den... Oh, hier. Ja, das ging schnell. Niemals waren das gerade 300 Herzen bei mir. Oder die Waffe ist einfach überpowert. Oh Gott. Der Revolver? Ja. Oh. Oh Gott. Ich bin für... Klim. Was? Danke, Gomme. Wenigstens einer, der zu mir hält. Hab ich gewonnen. Wieso hab ich die Krone? Bei mir hast du die Krone nicht. Okay. Zinus, oh Gott, stirb. Oh Gott. Uh. Das ist ein intenser Kampf, Leute. Ohne Waffen. Boom. 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 Man merkt richtig, wie ihr die Waffen vermisst gerade. Nein, Aswin. Ein Move. Was war das für ein Smooth? Wenn hier eine Lava-Waffe kommt, die schmilzt doch hier alles. Nein. Nein, 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 nein. Der falsche ist... Oh. Oh. Okay, einmal am Anfang, aber... Hey, warum bin ich direkt gestorben? Ja, ich auch. Komm, ist halt übelst der Lügen, Bolt, ne? Ich bin halt echt direkt gestorben. Schieß ruhig. Okay. Wo ist jetzt eigentlich Zinus? Nicht gestorben. Ich bin tot. Echt? Ja. Wo versteckst du dich? Ich bin tot. Ja, ja. Ja. Hä? Hä? Komm, komm, er lebt noch. Hä? Ich bin tot. Ja, okay, ich lebe halt noch. Ist gut. Nein. Was ein Lügen, Bolt, ne? Ja, du bist auch hier irgendwo. Komm, ich will sich ziehen uns. Zinus ist wirklich gestorben, das habe ich gesehen. Juhu. Kann man bitte... Warte, da probiere ich was aus. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, lasst uns Zeit. So, dagegen schießen. Geht das? Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schlange, 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 Schlange. Ich hasse die, Schlange, ich hasse sie. Ich habe gewonnen. Ja. Du bist halt der Schlangenflüsterer. Tot. Oh, au, au, au. Oh shit, hier sind Schlangen. Juhu. Was geht ab, Schlaggyboy? Komm, ich spiele nach zwei Runden mit Schlangen. Dann wechseln wir mal wieder. Okay, das war einfach. Das war eine Schrotflinte. Der Laser hat mich getötet. Jawoll, ja! Alter, es haben so viele Schlangen gelassen. Es war einfach nur noch random. Oh, die Einstellungen wurden wieder verändert. Oh. Der Ziers macht gar nichts. Oh, wo bist du? Echt? Oha, die hatte ich noch nie die Waffe. Die will ich haben. Das ist ein Rated Gun. Als Fan, du trotzdem gewonnen hast. Der hat übrigens den Rückstoß gehabt. Ich möchte kurz die Einstellungen erklären. Wir haben jetzt nur noch 75 HP anstatt 300. Und es kommen nur noch Ranged Waffen. Und es kommen viele Waffen. Man, ich wollte wieder nach oben kommen. Und gute Einstellungen sind das. Ah, Mann. Okay, komm mal. Ich bin tot. Ich bin tot! Leichenruhe! Ah, hier. Eine Schlangenwaffe. Ah, gib mir die. Komme, bleib der Einzige, der stehen bleibt einfach. Komme! Das war Taktik, ey. Tu es nicht! Oh, nee. Achso, ich bin da in der Mitte. Man müsste echt mal hier Verstecken spielen. Einer macht die Augen zu und die anderen verstecken. Bin tot. Bin tot. Hä? Ich lebe ganz sicher nicht mehr. Bin tot. Der Busch hat eine Krone. Oh Gott! Mit einem Schuss? Ich war wirklich tot, ne? Oh, Alter! Oh, hart! Oh, hart! Leute! Hat sich aber selber umgebracht. Hatten wir die schon mal nie, ne? Ne, die war geil. Die war heftig. Oh, oh. Oh, oh. Was ist das? Die hatten wir auch noch nie. Schwarzes Lochgun. Oh, nein. Oh, mein Kopf. Mein Kopf ist... Deine Mitte war ein schwarzes Loch. So, ich warte ganz kurz. Nicht angreifen. Nicht... Ich sag dir nicht angreifen. Zinos, du. Was? Du kannst nicht mal! Nein! Nein! Nimm das! Nimm das! Okay, ich stelle mal wieder um auf... Guck mal hier, man kann hier spielen sollen. So, hier nach sind es wieder verschiedene Waffen. Bam. Okay. Da haben wir heute die pure Bandbreite hier in dem Spiel. Mhm. So, zack. Ja, weil nur Range-Waffen fand ich jetzt langweilig, deswegen kommt als nächstes nur Nahkampfwaffen. Ja! Ja! Als wenn du mich noch erwischt hast. Okay, jetzt kommen nur noch Nahkampfwaffen, Leute, ne? Wir spielen jetzt eine Runde Versticken. Nur als ob du mich getötet hast. Versticken. Hä, Leute, wie kannst du da über die halbe Map springen? Alter, Alter. Das ist diese Laserwaffe, damit kann man sich teleportieren irgendwie, hab ich das Gefühl. Aha. Nein, Gommel! Doch! Nein. Du kriegst mich niemals. Wuh! Oha! 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 Kann das sein, dass es nur zwei Nahkampfwaffen gibt? Ne, es war mehr. Ne. Nein, insgesamt verschiedene meine ich. Also es gibt den Stock hier, wovon man so bisschen verhauen kann, und es gibt die hier. Ah, ne, das Messer, das Messer, das Messer. Guck mal. Oh, ich will auch... Oh, Gott! Hein, lol! Wieso kannst du das so gut beherrschen? Es gibt halt nur zwei verschiedene Waffen davon. Ich habe jetzt quasi wieder die Einstellung gemacht, die wir beim letzten Mal auch schon hatten. Okay. Oh! Zinos, komm! Rande, rande! Wieso? Er kam, sah und siegte. Das wäre enttäuschend. Nee, gar nicht enttäuschend. Hilfe! Ich bin tot! Oh, shit! Ah, ja! Sie haben ja geglaubt, dass ich tot bin! Oh, Gott. Ich bin Scharfschütze. Kommt her! Ah! Hä, habe ich gerade eine Waffe? Ich habe eine Waffe geschossen! Warte mal! Ah! Verdammt! Nein, Zinos hat eine Waffe! Komm her! Versteck mich! Entdeckung, Entdeckung! Entdeckung! Ich bin weg! Ich bin tot! Ich bin tot! Bleib jetzt hier stehen! Ich bin tot! Juhu! Hä? Wie ging das bitte? Du hast auch geblockt, ne Zinos? Ja, ich block immer! Hast du probiert! So ein bisschen? Oh! Oh Gott! Oh! Oh! Ja! Als ob du das überlebt hast! Komm her! Ja! Als wenn du mich noch begonnen hast! Oh nice! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich habe die Hände oben! 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 Ich tu dir nichts! Du hast jetzt noch gar keine Möglichkeit mehr, da was zu tun! Wooo! Oh Gott! Okay, ich bin jetzt hier doch! Ja, 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 ja! Ja, nein! Oh! Komm her! Wir haben uns lieb! Oder? Wir sind beste Freunden! Komm her! Lieber solltest du sterben! Als das Sinus leben kann, in dem Moment. Ja, ja. Oh. Tschüss. Nein. Tschüss. Nein, nein, nein. Jawohl. Ich habe mich erinnert, was das für eine Map war. Oh, eine sehr moderne Map hier. Ist das auf der rechten Seite der Karte? Ich denke, das ist so eine moderne Stadt. Auf der linken Seite sieht es aus wie ein Western. Ja, ich glaube, das ist auch ein Western-Style. Oh, guck mal, eine Raffe. Aua. Aua, 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 aua. Wieso hast du mich gefunden? Hä, weil dein Kopf rausgeguckt hat? Oh, oh. Sinus kann nicht gut mit der Waffe umgehen einfach. Das war nicht so ganz so gedacht. Ja, ich habe dich halt getroffen. Wie denn das? Du Cheater. Ich bin einfach cool. Nein. Komm, du willst aber bestimmt da hinten hingehen, oder? Tschüss. Oh, Gott. Oh, nein. Kämpf dagegen an, komme. Nein. Nein. Das wäre viel cooler gewesen, wenn einer in den Propeller gekommen wäre. Oh, warten. Ja, geht doch. Aber das sind auch Schlangen. Das sind auch Schlangen. Oh, Gott. Wieso habt ihr es geschafft? Nein. Oh, Gott. Ah. Ja. Ja. Ah, ah. Nein, er hat nicht versiegt. Nein. Ja. Nein. Als wenn. Oh. Stand da bei dir gerade Victory? Ja. Oh, bei mir stand wow. Nein. Nein. Ganz doofe Stelle hier. Nicht direkt am Pass. Nein. Ja. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Okay, ich finde das mit den Explosionen am geilsten, muss ich sagen. Ja. Oh, guck mal. Eine Waffe. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, Gott, mir hat er gefallen. Ich mag die fette Raketenwerfergun. Ja, die ist geil. Okay, ich muss die hoch. Und die? Schieß mal nur in die Luft, schieß mal nur noch gerade in die Luft. Schieß mal nur in die Luft. Ja, und dann. Kommt der aber wieder runter? Oh. Hä? Was? Was war das? Das war meine Waffe. Komm, ich bin tot. Jetzt bin ich wirklich tot. Nee, ich bin gar nicht tot. Ich lebe noch. Jetzt bin ich tot. Jetzt sind wir beide tot. Sinus hat einfach gewonnen. Nice, na? Da, 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 da rauf springen. Nein, nein, nein. Ja, Gomme. Oh, ich bin über... Ich habe uns einfach beide umgebracht. Ich finde das gut, wenn du so spielst. Ja, ich merke mich schon. Ansonsten könnte ich ja... Ah. Das war professionell. Oh, 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 man merkt... Nein. Ja, ich habe trotzdem gewonnen. Ich möchte ganz kurz nochmal erklären. Sinus ist der rote und Gomme ist der blaue. Nur falls irgendwer... Das sieht man ja jede Runde. Oh, Gott. Komm, gib mir das hier. Wisst ihr, was geil wäre, wenn man so wie bei... Ja, wie beim Montagsmaler, wie bei diesem Skribbelio, sich sein Gesicht selber erstellen könnte. Ja, das wäre übrigens... Ja, das wäre geil. Heftig. Gar nicht auffällig. Genauso wie da so. Oder wenn man selber malen könnte. Ja. Nein, lass... Das hast du nur davon. Tschüss, komme. Nee, nix, tschüss, komme. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Tschüss. Oh, oh. Ja. Hallo. Ich wollte gerade sagen. Schreibt da bei euch sowas mit einem Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Nein. Okay, also immer was anderes. Aber das ist nicht bei jedem gleich. Ah, jetzt versteht. Nein, gib mir doch die Waffe. Au. Hä? Wie habe ich das mit dir gemacht? Du hast mir hier einfach... Ein Ding hat mich straight in den Kopf gehittet. Sinus. Du... Du willst mich hier immer runterstoßen. Trotzdem gewinne ich immer. Ich bin tot. Ja, Gommel. Nicht schlecht. Not bad, Mr. Gommel. Nice one. Oh Gott. Nein. Lasst es fahren. Ja, ja, ja. Oh. Alter, richtig gut gemacht. Haben sich unsere Schwester der Luft getroffen. Ich glaube schon, ja. Leute, entspann euch mal. Die Wände kommen her. Okay. Oh, oh. Hä? Gommel ist voll in den Stacheln. Victory. Ja, moin. Aber er hat gewarscht, der Gommel. Ja, der hat den Gommel-Mode angeschaltet. Ich kann gerade nicht. Ich habe ein wichtiges Ars-Gespräch gleich. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh Gott. Nein. Get wrecked. Mit euch. So. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ja, du bist gleich echt tot. Nein, gib mir die Waffe. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin auch weg. Ich bin nicht nur tot, ich bin auch weg. Ja, ich bin mir gar nicht mehr so schlecht in dem Game. Wenn ich eine Waffe habe. Gommel ist schon weg. Gommel ist schon rausgeflogen. Ich dachte, man kann da noch hinspringen oder so und sich verstecken, aber geht nicht. Jawohl, Alter. Okay, ich würde sagen, noch zwei Runden, dann ist das die letzte. Oh, meine. Ja, ich habe gewonnen. Aber nur hauchscharf. Die noch und danach ist die letzte. Hauchscharf. Hauch bitter. Ist danach die letzte? Ja. Oh. Hä? 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 Warum ist sie das tot? Ich bin gar nicht gestorben. What? Jetzt ist die letzte? Ja. Nein. 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 Gut an die Runde. Nein, lass das. Oh Gott. Ja, ja. Nein. Nein. Wow. Ich lebe doch. Ich lebe doch. Ja. Wie? Wie? Ich darf euch beide töten. Ich darf beide töten. Ihr dürft euch nicht bewegen. Man wendet sich nicht gegen, war Familie. Gomme. Okay, okay, warte, ich stelle mich oben in die Mitte. Okay, Gomme, bist du bereit? Ja. Okay, tschüss. Boom. Hä? Aber wodurch? Ich hielt sie nicht mal in die Luft geflogen. Keine Ahnung, Alter. Es sah aber geil aus. Es sah geil aus. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Explosion nach oben da und guckt auf jeden Fall auch bei Zinus und bei Gomme vorbei, denn die haben das Ganze auch aufgenommen. Also eine andere Runde, natürlich. Und wir sind es dann in der nächsten Folge von Glymus Zockt, wenn sie das Sticksitzen drunter hat. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.